So, herzlich willkommen wieder bei Armored Waffe, ich bin's Mats und mit dabei ist wieder der Quaddi. Wir beide machen jetzt wieder eine globale Operation, und zwar in Wüstenquerung. Querung. Hä? Kenn ich ja nicht. Ist die Neue? Guten Abend, alle zusammen. Hehehe. Pfff. Bin ich mal gespannt. Die Musik ist schön eigentlich, wenn du richtig still bist und einfach nichts zuhört. Ich Musik, man? Die Hintergrundmusik. Wo hab ich raus? Ja, ok. Hm. Hm. Wir haben auf jeden Fall Godzilla im Gegner-Team, da krieg ich schon Angst. Ich hab das Gefühl, dass es wieder richtig in Bach untergeht dann wird. Gehen wird. So richtig. Aber ich hab mir heute wieder zwei neue Spiele besorgt, gell. Einmal Monster Hunter World, das wird auch demnächst mal rauskommen. Und zwar mit Bloody Dagger. Und vielleicht noch mit jemanden. Und dann das Spiel... Das soll richtig fett sein, gell. Das hat gute Kritiken auch gekriegt. Im Halt und so. Und dann hat noch The Raven. Das kommt auch noch irgendwann mal. Ja, hab ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Und drüber noch. Aber jetzt sind wir ja selbstverständlich bei Armored Warfare. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde des Spiels. Wir versuchen es natürlich zu reißen. Ahhhh. Definitiv. Äh. Äh. Fahr mal zu 3. Äh, du blöde Kuh. Deine rammt nicht. Äh. Fahr mal zu... Ja, fahr 3. Ich komm auch zu 3 runter. Irgendwann werde ich mal da bin. Da, da, da. Da haben wir 3. Oh, der ist so. Ja. Berichten wir es hier. Komm laden schneller jetzt. Ich hab mich mal gespotten. Schieße. Schieße. Das ist auch nice. Hehehe. Ah, das müsste Mutters sein. Anniere. 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 Hi. Ich bin hinter dir. Ich schnack jetzt mal auf D3. So. So. Platz machen. Ah, 2.180 Punkte, ey. Ach, das ist die Map. Ah, doch. Die kenn ich schon. Ja. Schade. WTF, was ist jetzt passiert? Ah, ne, bei mir spackt es wieder. Super. Das war grad komisch, ey. Das war mein Buck, ey. Leck und mir. Was war bei dir? Äh. Der übelste Buck. Also. Oh. Auf mich hat's grad so richtig geleckt. Das war ja ab. Warte mal. Du mal. Halten. War der dicht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Entweder fahren zusammen, aber leider trau ich mich da jetzt nicht vor. Ja, da ist noch einer mit dabei. Ja, da ist noch einer mit dabei. Ich hab zwei zurück, so. Alter, fahr zu. Hallo. Du hast einen viel zu schnellen Panzer. Ja, ich? Ja, du rennst uns weg. Wahnsinnig schnell. Oh shit. Meine Kette ist da an. Ich guck, dass ich der überlegen nach oben halb. Kriegst du den? Ja. Na schön. Aber ich weiß, dass ich gleich am Arsch bin. Wo er am Motor glaub ich getroffen wurde. Hä? Aber ich weiß... Ich würde direkt hier zur 2 fahren. Ich komm auch. Ich weiß bloß, dass mein Motor im Arsch ist. Ist gleich ein bisschen beschädigt. Ziel identifizieren. Fahlsponsor. Fahlsponsor. Wo hat er sich dann nirgst? Ziel identifizieren. Fahlsponsor. Fahlsponsor. Schlecker. 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 Du... Der hat's mir einfach gemacht. Dankeschön. Wer denn? Fahlsponsor. 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 Ja, ich bin tot. Fahlsponsor. 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 So, was steckst du? Ah, da. Hinter mir sind zwei in CD und wir machen uns nicht ohne Schaden. Ah, bei mir leckt das wieder herrlich. Was haben wir denn? Ich würde dann zu vier fahren, gell? Ja. Also, wenn ich auch ja ... Support aber jetzt erstmal den 5er NBT da unten, ne? Der ist auch schon gleich weg. ja aber die fahren gut zusammen eigentlich die roten das ist immer das problem, dass die roten immer gut zusammenfahren ah ich komm nicht wieder jetzt werden die kunden nicht wegnaschen, das seh ich schon ja Scheiße ich bin gleich im Arsch auch gleich aber ich hab fast die zwei rausgenommen, aber der nimmt mich raus, oder? Aaaaah, ihr habt den Rücken Aaaaah, das war als kribbelig, man kribbelige Momente Aaaaah, da steckt sich immer so schön Wo gehen wir rein? Wo gehen wir rein auf die 5? Ja, gehen wir auf die 4, 5 Gehört Ich komm auch, jetzt waschen und das Problem ist, ja Ich bin nur 7, 5 Sekunden bin ich da Ich bin da Ja Auf zu 5 Ah, da ist ein Stein Scheiße Ich bin gegen den Stein gefahren Ich weiß nicht, was ein Stein kann ewig aufhalten Das merke ich schon, die großen Distanz zwischen uns Das merke ich schon, die großen Distanz zwischen uns Das merke ich schon, die großen Distanz zwischen uns Das merke ich schon, die großen Distanz zwischen uns Cool, getroffen sogar Ist das schon wieder so ein Dreckstein? Das gibt's doch nicht, fangen wir jetzt nur gegen Stein, oder wie? Oh, ich fahre da hinten den Taddis an Wieso kann ich Taddis jetzt wieder nicht zum fahren? Ah, auch gleich mit auf den Einwalt WTF? Nein, nein Wie kanntest Fuck, da steht gleich ein Äh, ich mein natürlich schade, da steht hier gleich ein Ich bin nicht immer vorbeigekommen, weil ich dir angehalten hab, ich Idiot Ah, ich bin da Ich bin da Nein, oh man So ein Scheiß Deine Ketten sind übrigens am Arsch, gell? Das mit den ganzen Ausdrücken dürfen wir das aber nicht senden, gell? Ahhhhh Doch, doch, ich hab solche Ausdrücke schon öfters Ja, man bin nicht raus, tu es nicht, man We've captured .9 Hey, heute ist denn alles nur ein Weg, das gibt's doch nicht. Reicher Drückwitz, das ist mir auch wurscht. Dauert hat, bis ich da bin, aber ist egal. Okay, ich gehe aber auf der 6-Roy nicht. Ich verstehe nicht, warum da manche Spieler nur da hinten stehen bleiben. Ich gehe, weil die einfach nichts machen wollen, das ist das Problem, die sind einfach AFK fertig. Snipern halt nur von hinten, einer hat gerade schon so ein Tor gedreht und geelmt, aber im MBT wird es schwer bleiben, Snipern ist halt, der soll lieber TD fahren oder S-Porte. Snipern So, mal gucken. Oh, bitte ist der Hochscharf. Hä? Wie kommt der nicht hoch? So, ab durch das Wohlengebiet wieder, oder? Ja, ab durch das Wohlengebiet! Oh, total kann ich gerade durch das Wohlengebiet. Ach nee, so kleine sind auch noch hier. So. Oh, verließe es. Äh, Hilfe! Das ist so lustig. Warum? Warum? Äh, was machst du da? Ach, jetzt kommt einer hinter mir. Äh, nein. War das gerade auf D, ja? Das ist so lustig. Hey, da ist wieder so ein Dreckstein. Ah, cool. Stein hat mein Leben gerettet. Boah, der geht nicht jetzt raus. Niederlage! Ja, macht nichts. War so schlecht nicht, würde ich behaupten. Ne, das war ja knapp. Er betropste. Na ja, schade. Alles komm, müssen wir mal noch eine Runde? Auf keinen Fall mit dir, Mann. Was? Was? Spaß jetzt, natürlich machen wir mal eine Runde. Ja, und dennoch war es das eigentlich für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja. Auf keinen Fall ist es ein kleiner Programmertipp. Äh, Fahrzeug gegen die Steine. Dankeschön fürs Reinschauen. Jo, tschüssi. Oh, tschüssi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017